Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin weiterhin bei 52.000 US-Dollar, wenig Veränderung im Gegensatz zu gestern, aber da haben wir ja gestern schon darüber gesprochen, dass ohne die USA derzeit einfach nichts los ist. Heute dafür dann wieder deutlich, deutlich mehr Bewegung, befürchte ich oder hoffe ich dann auch wirklich, wenn die USA dann wieder back sind, natürlich auch was die normalen Stockmärkte anbelangt, natürlich aber auch was die Kryptomärkte anbelangt. Und ja, bevor wir hier doch starten, wir werden natürlich gleich wieder auf Gold und den restlichen Chat auch mal ein bisschen drauf gucken. Bevor wir hier doch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe hier reinsteunen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung und wenn ihr auch die ganzen Setups traden wollt, kann ich euch nur meine Partnerbörse Bingix empfehlen, den Link dazu findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber rein in die Analyse, wie gesagt, Bitcoin momentan bei 52.000 US-Dollar. Wir haben gestern keine richtigen Abverkäufe, keine richtigen Pumps gesehen, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken. Wir sehen hier aber langsam, dass wir so in die Tendenz, wenn wir das hier mal ein bisschen reinzeichnen wollen, dass wir hier so eine Art Doppeltop, Roundingtop, je nachdem wie ihr es auch immer nennen wollt, reinkommen. Darüber haben wir aber gestern schon mal drüber gesprochen, dass ich auch davon ausgehe, dass wir hier nochmal einen letzten Pump nach oben hin sehen, so zwischen 53.000 US-Dollar und maximal 55.000 US-Dollar. Daran hat sich auch erst einmal nichts geändert, aber hier diese 53.300 bis 53.800, das ist momentan so für mich das Wichtigste. Also wenn wir da wirklich hinkommen sollten, einfach aufgrund dieser Ineffizienz, die wir auf dem Daily-Timeframe haben, die kann ich euch nochmal ganz kurz zeigen, das ist hier dieser Bereich, diese blaue Linie, das sind 53.300 US-Dollar. Und wenn wir dann in die kleineren Timeframes reingehen, hier oben die 53.800 US-Dollar, das ist dann der Pivot R2, den ihr euch als Indikator eben übrigens auch holen könnt, Pivot Point Traditional, glaube ich, heißt er, oder Pivot Point Standard, wenn ihr euch das interessiert, einfach dazu. Ich habe da auch nichts geändert an den Indikatoren. Auf jeden Fall, das ist so für mich momentan so ein bisschen die Short Area, wo ich darauf hoffe, dass wir da jetzt im Laufe des heutigen Tages nochmal reinkommen, nachdem gestern keine richtigen Impulse kamen und ich mal ein bisschen auf Investing geguckt habe, auch heute kommen überhaupt keine richtigen News auf uns zu aus den USA. Das heißt zwar, USA ist wieder back, das heißt die ETFs etc. könnte wieder ein bisschen mehr reinkommen, aber heute und morgen kommt von der News-Seite sehr, sehr wenig rein. Deswegen müssen wir darauf hoffen, dass die Zahlen, die wir jetzt im Endeffekt haben, beziehungsweise die Kaufkraft, die momentan im Markt ist, wirklich ausreichend ist, dass wir nochmal diesen letzten Push hier nach oben hin reinbekommen. Und das ist auch, wie gesagt, das Short Setup, wo wir ja gestern schon mal darüber gesprochen haben, dass wir dann hier oben den Short reinmachen, 50% der Long Position, die noch offen ist. Sollten wir vorher schon zu einem Abverkauf kommen, wird auf jeden Fall die Long Position nochmal verdoppelt. Ansonsten würde ich sagen, geben wir hier oben jetzt dann doch volles Risiko rein. Das heißt, gleiche Positionsgröße wie die Long Position in diesem Cluster hier oben. Also das heißt, die ganze grüne Box wird dann im Endeffekt unser Short Setup werden, dass wir dann hier oben den Short reinsetzen und von hier aus dann möglicherweise die Gegenbewegung nach unten hin mitnehmen und dann irgendwann unten möglicherweise unsere Long Position dann verdoppeln können. Wenn wir mal ganz kurz auf die Funding Rates gucken, sehen wir, okay, es hat sich eigentlich relativ wenig geändert. Ganz im Gegenteil, sie sind sogar wieder leicht zurückgegangen in den letzten 8 Stunden, beziehungsweise im Laufe des letzten Tages deutlicher Rückgang teilweise auf den Börsen. Und wenn wir uns das Open Interest angucken, sehen wir, ist dieses weiterhin sogar noch angestiegen. Das heißt, für mich ist einfach, wir kriegen nochmal diesen letzten Pump nach oben. Wir holen die Liquidität, die natürlich auch hier ist. Ihr seht es vom Volumentechnischen her, ist das Volumen deutlich zurückgegangen. Abverkaufsvolumen hat deutlich zugenommen. Das heißt, wir könnten hier nochmal einen kleinen Short Squeeze nach oben hin sehen und dann hier oben würden dann die ganzen, ja, Shorters gekillt werden, bevor wir dann wirklich hier nach unten hingehen. Ändert aber nichts an dem regelrechten Plan weiterhin, dass wir hier noch einen größeren Abverkauf sehen sollten. Zumindest hier in dem Bereich der 35.000 US-Dollar. Also daran bleibe ich daran, auch an diesem Plan wird sich auch erst einmal nichts ändern, solange wir hier nicht hier impulsiv in Richtung All-Time-High gehen. Und ich bleibe dabei, ich gehe auch weiterhin nicht von einem All-Time-High jetzt kurz bis mittelfristig erst einmal aus. Wahrscheinlich dann erst nach dem Halving oder nach der nächsten Korrektur. Macht zumindest, meiner Meinung nach, am meisten Sinn. Auch um die ganzen Divergenzen, die wir natürlich hier auch mittlerweile im 4-Stunden-Timeframe haben, wenn ihr euch das, wenn ich es einzeichnen kann. So, jetzt hier, was wir hier sehen. Höhere Hochs, aber tiefere Hochs im RSI. Absolute Divergenz. Dann haben wir das gleiche aber auch noch hier im Volumenindikator. Also auch hier ist das Volumen deutlich, deutlich abflachend. Wenn wir uns das Ganze auf den Daily-Timeframe angucken, sind wir mittlerweile auch ähnlich dabei, dass wir auch hier langsam eine Divergenz reinkriegen und das Volumen zuletzt deutlich, deutlich zurückgegangen sind. Also die bearischen Indikatoren häufen sich. Das wäre jetzt aber auch für mich persönlich die letzte Chance, hier irgendwie noch zu versuchen, irgendwie einen Short reinzubekommen, weil diese Überschneidungen, die wir jetzt in diesem Bereich haben mit Ineffizienz, mit Pivot, mit Divergenzen, die hier alles aufeinander zukommt, weiß ich nicht, ob wir die so schnell wieder kriegen. Deswegen hoffen wir jetzt mal, dass im Laufe des Tages nochmal dieser letzte Pump kommt, wir oben unseren Short reinmachen können und dann möglicherweise die Korrektur eintritt. Gehen wir mal rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Hier sind wir momentan bei 2934 US-Dollar. Wir haben die 3000-Dollar-Marke knapp verfehlt. Das heißt, der Pivot hier nach oben hin auch knapp verfehlt derzeit, aber für mich auch noch kein richtiges Short-Szenario drin. Natürlich haben wir hier auch die Divergenzen, die wir jetzt die ganze Zeit schon angesprochen haben, auch hier vorfällig. Volumentechnisch, ja, auch Volumen abfallen, aber ganz ehrlich, wenn, dann konzentriere ich mich jetzt hier auf Bitcoin erst einmal und lasse die Finger von Ethereum. Da ist mir ehrlich gesagt das Risiko momentan noch ein bisschen zu hoch. Wir haben hier noch ein bisschen Platz, wie gesagt, bis 3020 US-Dollar. Das war ja auch hier dieser Bereich, wo wir gesagt haben, okay, das ist die Supply Zone und erst wenn wir darüber sind, können wir uns Gedanken machen, ob wir in Richtung 4000 US-Dollar gehen oder nicht. Für mich momentan, das ist auf jeden Fall das Short-Cluster. Es ist aber, wie gesagt, momentan einfach nicht geplant, dass ich hier irgendwie in irgendeinen Short hier momentan reingehe. Ansonsten, ja, würde ich sagen, gehen wir mal rüber zu den Stockmärkten, die jetzt dann heute wieder langsam in die Märkte reinkommen. So, vorher haben wir schon gesehen, okay, wir hatten letzte Woche diesen leichten Abverkauf hier drinnen. Wir sind übers Golden Pocket gekommen, wurden dann wieder rasant abverkauft. Also, die Futures derzeit sehen normal aus. Also, wir haben hier noch keine radikalen Abverkäufe bis jetzt zumindest vorläufig gesehen. Dow Jones hat unser Short-Level hier oben erreicht. Da hoffe ich aber ehrlich gesagt nochmal, dass wir hier nochmal hochkommen. Also, mir gefallen die Märkte, wie gesagt, momentan überhaupt nicht. Auch ein DAX sieht momentan nicht wirklich bullisch aus. Das könnte diese Woche jetzt auch aufgrund weniger werdender Liquidität, das heißt, weniger werden das Handelsvolumen Widerstände, auf die wir hier überall, egal auf welchen Markt wir hier gucken, Dow Jones, Pi wird erreicht, Golden Pocket erreicht, Ineffizienz gefüllt, von hier aus jetzt den ersten kleinen Rücksetzer gesehen. Könnte vielleicht dafür sorgen, dass wir heute nochmal so einen kleinen Pump nach oben hinkriegen. Würde ja auch zu den Kryptomärkten passen, dass wir auch da nochmal einen kleinen Pump nach oben hin sehen und von dort aus dann radikal abverkauft werden. Also, da bleibe ich einfach komplett. Heute vielleicht nochmal ein bisschen hochgehen und dann sollte aber langsam aber sicher mal diese Korrektur fortgeführt werden beziehungsweise endlich mal eintreffen. Und jetzt noch, last but not least, Gold. Wenn wir uns mal angucken, auf dem 4-Stunden-Timeframe sind wir weiterhin hier in dieser 4-Stunden-Supply-Zone. Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, Long-Position wurde verdoppelt, ersten Take-Profit genommen. Das könnte jetzt auch noch relativ zügig dann nach oben hingehen. Also, den nächsten Take-Profit habe ich dann hier oben über diese Supply-Zone geplant beziehungsweise hier zwischen den Pivot und der Supply-Zone. Und da liegt der nächste Take-Profit. Und dann haben wir auch noch unsere Short-Position offen. Da wird es dann relativ interessant werden, wie dann die Märkte auch reagieren, wenn Gold an dem Widerstand ist. Ob wir dann wieder so eine kleine Ernüchterung nach oben hin sehen. Das heißt, nochmal eine kleine Erholung nach oben hin sehen. Dass Gold hier vielleicht nochmal einen kurzen Shorter nach unten hin macht und dann langfristig aber nach oben hin steigt. Aber momentan läuft das alles so ein bisschen nach Plan. Wie gesagt, heute im Laufe des Tages sollten wir dann möglicherweise auch unsere kleinen Short-Einstieg dann bekommen. Wahrscheinlich dann eher beim Dow Jones, wo sowieso schon letzte Woche die Position läuft. Ansonsten S&P 500, Nasdaq sind auf jeden Fall noch auf der Timeline. Und wenn ihr das Ganze dann auch nicht verpassen wollt, einfach in die Telegram-Gruppe reinjoinen. Ansonsten würde ich sagen, war es das mal von meiner Seite. Gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben, was ihr von den ganzen Ideen haltet. Seid ihr auch eher für Short, seid ihr eher für Long. Schreibt es unten rein. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns in der Telegram-Gruppe wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.